Hygiene ist bei der Arbeit enorm wichtig. Wir nehmen das sehr ernst, weil das Gewächshaus sonst ganz schnell kontaminiert werden kann. Im Pilzhaus tragen wir eine Maske wegen der Sporen. Wenn man die einatmet, fängt man an zu husten. Das kann sogar schwere Allergien auslösen. Deshalb sind wir da extrem vorsichtig. Mit der Ernte können wir heute ganz zufrieden sein. Aber bei den Pilzen ist das eigentlich fast immer so. Das ist gar nicht zufrieden. Musik In Romainville, östlich von Paris, steht ein sechsstöckiges Glashaus. In der Cité Maréchère wird Gemüse angebaut. Das Projekt wurde vor ungefähr zwei Jahren von der Stadt Romainville ins Leben gerufen. Auf 900 Quadratmetern wachsen hier verschiedene Gemüsesorten unter dem wachsamen Auge von Etienne Sailly. Er ist bei der Stadt als urbaner Landwirt angestellt. Ich wohne in Romainville, gleich um die Ecke. Ich habe den klassischen Gemüseanbau in der Natur auf lebendigem Boden gelernt. Das hier ist ein künstliches Umfeld. Die Kulturen, die hier wachsen, hängen komplett von unseren Eingriffen ab. Mit seiner Arbeit in der Cité Maréchère hat sich Etienne für urbane Landwirtschaft entschieden. Im Gebäude bewirtschaftet er jeden ihm zur Verfügung stehenden Quadratmeter. Auch die Räumlichkeiten im Keller werden genutzt. So können jährlich sechs Tonnen Gemüse erzeugt werden. Wir ernten noch nicht alle. Die gräulichen mit den geschlossenen Hüten lassen wir noch wachsen. Ich bin im 19. Arrondissement von Paris aufgewachsen und Pariser durch und durch. Hätte man mir vor meinem 19. Geburtstag gesagt, dass ich mal in der Landwirtschaft arbeiten würde, hätte ich das nicht geglaubt. Damals hatte ich ganz andere Pläne und habe Jura studiert. Auf die Frage, was ich mal werden will, hätte ich Anwalt geantwortet. Das wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Aber jetzt bin ich froh, meine Berufung gefunden zu haben. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal nur so aus Spaß Gemüse in meinem Garten angebaut habe. Und wie glücklich und zufrieden ich über meine erste eigene Ernte war. Das waren damals Kirschtomaten. Und die baue ich bis heute an. Weil es in Paris keine Felder gibt, musste sich Etienne mit 30 zum urbanen Landwirt weiterbilden und sich eine neue Methode für den Gemüseanbau überlegen. Pilze eignen sich sehr gut für die urbane Landwirtschaft. Man braucht nur feuchte, geschlossene Räume. Und das ist ja recht einfach zu bewerkstelligen. Klar muss alles sauber sein. Und die Pilze müssen nach der Ernte auch irgendwo gelagert werden. Aber ansonsten reicht es, sie in gut belüfteten Räumlichkeiten mit hoher und konstanter Luftfeuchtigkeit wachsen zu lassen. So lassen sich Pilze ganz leicht für ein ganzes Viertel oder eine Kleinstadt produzieren. Auf sein Gemüse ist Etienne auch sehr stolz. Vereilung, das Licht darf nicht lange brennen. Du musst gleich im Dunkeln gießen, sonst bekommen sie zu viel Licht. Schikoré wächst im Dunkeln. Durch Licht bilden die Pflanzen Chlorophyll. Aber das müssen wir bei Schikoré vermeiden. Sonst wird er bitter. Etienne produziert 300 Kilo Schikoré im Monat. Das Herbstgemüse wird vor allem an Restaurants und Schulkantinen in Romainville geliefert. Ich bin stolz darauf, an meinem Wohnort in einer Stadtfarm wie dieser zu arbeiten. Ich finde, es macht durchaus Sinn, dass wir uns in einem benachteiligten Viertel niedergelassen haben. Das hat mehr Sinn. Die Cité Maréchère von Romainville gibt es seit 2021. Die Stadt hat gut 30.000 Einwohner, von denen 25 Prozent unterhalb der Armutsgrenze leben. In den benachteiligten Vierteln aller französischen Städte ist gesunde Ernährung ein Dauerthema. Ist es überhaupt möglich, sich gesund und nachhaltig zu ernähren, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat? In Romainville setzen sich Einwohner und urbane Landwirte für die Lösung dieses Problems ein. Oh Etienne, alles gut? Bist du im Haus? Ich wollte Shiitake bestellen. Um die hauseigene Produktion aufzuwirten, hat die Cité Maréchère den Betrieb eines Restaurants ausgeschrieben. Harvard Touré hat den Zuschlag erhalten. Heute koche ich Wujula. Das ist ein Gericht aus dem Norden von Mali. Ich bereite es mit Shiitake zu. Das ist die besondere Zutat, durch die Mali, Japan und unser Hochhaus miteinander verschmelzen. Und die Tour Maréchère. Danke, Etienne. Wenn du noch mehr brauchst, sag Bescheid. Mach ich, danke. Das Restaurant wird von drei Frauen aus dem Viertel betrieben. Hava und ihre Freundinnen Loran und Lea haben schon immer von einem eigenen Restaurant geträumt. Das sind viel zu viele Nüsse. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Die beiden wieder. Viele kommen nur wegen der Nüsse. Das Restaurant befindet sich im Erdgeschoss des Hochhauses. Der Teig ist doch viel zu flüssig. Du willst doch keine Brioche machen. Ich habe schon immer leidenschaftlich gern gekocht, weil ich einfach gern esse. Außerdem bin ich sehr anspruchsvoll. Wenn ich zum Beispiel bei Freunden esse, stehen die immer ziemlich unter Druck, weil sie Angst haben, ich kritisiere, was sie gekocht haben. Schälst du bitte den Ingwer? Ja, schneid ihn in kleine Stückchen. Genau, und dann nochmal halbieren. Seit ein paar Monaten isst Hava kein Fleisch mehr. Auch in ihrem Restaurant versucht sie, ihre Einstellung umzusetzen. Viele denken, dass Gemüse immer nur gegart und dann mit Salz und Pfeffer gewürzt wird. Aber wir bereiten alle Gerichte mit ganz viel Liebe zu. Im Viertel ist es aber immer noch normal, Fleisch zu essen. Deshalb muss Hava Kompromisse eingehen. Wir haben die Leute aus der Umgebung befragt und sie meinten, dass sie Fleisch essen möchten. Also haben wir beschlossen, Gerichte mit Fleisch anzubieten. Aber ursprünglich wollten wir ein vegetarisches Konzept umsetzen. Die Gäste sagen jedes Mal, dass sie nicht so viel Gemüse essen wollen. Sie wären doch keine Ziegen. Das Restaurant ist zu einer wichtigen Adresse im Viertel geworden. Der goldene Mittelweg kommt bei den Bewohnern gut an. Über dem Restaurant wird das Gemüse auf sechs Etagen angebaut. Im dritten Obergeschoss ist heute Radieschenernte. Du nimmst die Blätter so in die Hand und je nach Größe sind es mehr oder weniger. Die hier sind kleiner, aber es gibt auch größere. Wenn du ungefähr 30 hast, bindest du sie zusammen. Das ist immer die große Kunst. Beim Gemüseanbau muss Etienne einige Vorschriften befolgen. Das Gemüse soll saisonal sein und es darf keine Chemie verwendet werden. Der urbane Landwirt hat aber auch ein soziales Engagement. Sechs Monate lang bildet er vier Arbeiter in einem Förderprogramm aus. Kürbisgewächse. Los, nennt mir alle. Ich gebe euch das erste vor. Zucchini. Welche noch? Passamelone. Ja, sehr gut. Melone. Habt ihr nicht gelernt? Mais? Nein. Nicht Mais, was anderes. Wie hieß das von neulich? Salatgurke. Genau. Man kann auch ein guter Gärtner werden, ohne alle Gemüsesorten zu kennen. Neben der Praxis ist mir aber auch die Theorie wichtig. Man muss verstehen, warum man was macht. Sonst kommt man irgendwann nicht weiter. In den ärmeren Vierteln von Romainville beträgt die Arbeitslosenquote über 20 Prozent. Etienne ist überzeugt davon, dass der ökologische Wandel einige Chancen bietet. In meinem Team sind einige schon länger arbeitslos. Und das hier eröffnet ihnen neue Chancen. Sie lernen etwas über Landwirtschaft und über Pflanzen. Dadurch entstehen neue Arbeitsplätze. Die Leute sind neugierig. Sie fühlen sich wertgeschätzt und ihre Arbeit erfüllt sie. Etienne zeigt auch, wie man sich an die baulichen Einschränkungen des Hauses anpasst. Auf einigen Etagen mangelt es vor allem an Licht. Seit kurzem benutzen wir LED-Lichter für unser Gemüse. Trotz der Glaswände kommt wegen der Betondecken kaum Licht von außen herein. Ich hätte es gern anders gelöst, aber ich finde, das ist ein ganz guter Kompromiss. Sonst gäbe es zu viele ungenutzte Flächen. Wie viele Bunde haben wir? Mehr als zehn? Gut. Mittwochs findet im Erdgeschoss ein Markt statt. Jeder von euch bedient einen Kunden und notiert, was er oder sie kauft. Jede Woche drängen sich etwa 50 Menschen im Foyer des Gebäudes. Los geht's. Jeder bedient eine Person. Wer ist Nummer fünf? Sie? Sie sind gleich dran, Madame. Was ist das? Austernpilze. Ja, Austernpilze und 250 Gramm vom Salat bitte. Das ist der gleiche Salat wie da drüben. Etienne bedient, verkauft und kassiert. Er ist überall zu Gange. Was mir am Markt besonders gefällt, ist die Begegnung mit den Menschen. Hier sehen wir, für wen wir unser Gemüse anbauen. Wir merken, dass sich unsere Anstrengungen lohnen. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich habe ein Kilo Austernpilze und eine Salatmischung. Wie heißt die nochmal? Genau, verschiedene Blattsalate und noch einen... Einen schwarzen Rettich. Keinen Thymian. Dann Rosmarin. Der Markt der Stadtfarm von Romainville ist sehr erfolgreich. Das gibt es sonst nirgendwo in Frankreich. Ich bin zum ersten Mal hier. Ach ja? Leider gibt's fast nichts mehr. Wir bräuchten mehr Anbaufläche. Trotzdem, herzlich willkommen. Danke. Sie wollen sich also anmelden? Hier ist der Zettel. Von der Stadtverwaltung. Auf dem Markt richten sich die Preise nach dem Einkommen jedes Kunden. Sie haben Tarif D. 75% Rabatt. 3,40 Euro, bitte. Wie in den Schulkantinen hängt der Preis von einem Familienquotienten ab. Das Projekt ist einzigartig in Frankreich. Das gibt's nur hier. 4,10 Euro, bitte. Man muss auch noch bezahlen, bevor man geht. Schauen Sie mal, für 4 Euro ist die Tasche voll. Davon werde ich eine Suppe kochen, etwas backen und einiges mehr. Vielen Dank, schönen Abend noch. Danke, auf Wiedersehen. Au revoir. Die Cité Maréchère wurde von der Stadtverwaltung ins Leben gerufen. Die Betriebskosten belaufen sich auf 500.000 Euro im Jahr. Yuna Conant ist Stadtplanerin und war an der Konzeption des gläsernen Hochhauses beteiligt. Sie wollte ursprünglich mit Urban Gardening eine Diskussion über Ökologie in den Stadtvierteln anstoßen. Von ihrem Büro im obersten Stockwerk aus leitet sie das Projekt. Unsere Stadtfarm ist ein vertikaler Bauernhof. Die Leute waren von Anfang an fasziniert. Unsere Aufgabe ist es, das Bewusstsein der Menschen dafür zu schärfen. Einmal im Monat organisiert Yuna eine Diskussionsrunde. Willkommen in der Cité Maréchère. Hört mich jeder? Da hinten auch? Nicht so gut. Okay. Heute ist ein Verein zu Gast, der Jugendlichen aus den Arbeitervierteln das Thema Ökologie näher bringen will. Bei diesen Veranstaltungen herrscht immer ein buntes Durcheinander. Es gibt was zu essen und die Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren, tauschen ihre Erfahrungen aus. Kennen Sie unseren Verein Bonlieu Klima? Wir möchten Jugendliche in der Stadt für Klimafragen sensibilisieren. Auf diesem Gebiet werden wir ja oft nicht als gleichwertige Gesprächspartner angesehen. Leute, die sich damit auskennen, sagen dann, ja, also wisst ihr, es gibt drei verschiedene Mülltonnen. Man behandelt uns ein bisschen wie kleine Kinder. Da haben wir dann auch wirklich keine Lust zuzuhören. Aber wir sind trotzdem motiviert und versuchen andere mitzureisen. Haben Sie sich schon für Umweltthemen interessiert, bevor Sie zu Bonlieu Klima gekommen sind? Wir leben in einem sehr urbanen Umfeld, mit Hochhäusern. Und alles ist aus Beton. Da denkt man, dass der Kampf für die Umwelt schon verloren ist. Aber eigentlich gibt es noch viel zu retten. Super, merci beaucoup. Die Meinung der Jugendlichen aus den Arbeitervierteln möchte Juna gern an die Politik weitergeben. Ihr Verein gewinnt langsamen Einfluss. Sie müssen Politiker dafür sensibilisieren, damit diese auch handeln. Es gibt sogar zwei Abgeordnete hier. Gratulation, das gefällt mir. Ich kenne viele Leute. Ich kann ihnen gern Kontakte vermitteln, wenn sie Unterstützung brauchen. Genau darum geht es hier. Man vernetzt sich und unterstützt sich gegenseitig. Für mich hat Umweltschutz auch viel mit Angst zu tun. Diese Angst will ich ins Positive kehren. Man muss sich reinhängen und Veranstaltungen zu diesem Thema organisieren. Diese schön gestalten und Menschen zusammenbringen, die sich für das Thema interessieren. Manchmal will ich den Kopf in den Sand stecken, wenn ich glaube, dass das alles nicht viel bringt. Aber dann nutze ich doch wieder meine Angst und werde aktiv. Heute organisiert die Cité Maréchères zum ersten Mal einen Schaftrieb durch die Stadt. Heute organisiert die Cité Maréchères zum ersten Mal einen Schaftrieb durch die Stadt. Die kommen aus der Region und sind nicht scheu. Eine Herde mit 30 Schafen macht neugierig. Das hier ist mein Viertel. Das ist lustig. Die Autos hupen, weil es nicht weitergeht. Aber sobald die Autofahrer die Schafe sehen, beruhigen sie sich. Mit ihrer Idee möchten Yuna und Etienne Eltern und Kinder aus der Nachbarschaft anlocken. Zur Seite bitte. Machen Sie Platz für die Tiere. Klar habe ich schon mal ein Schaf gesehen. Aber hier in einem Pariser Vorort und die neugierigen Leute dazu, das ist was anderes. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man die Schafe auch anfassen und streicheln darf. Diese Neugier ist wichtig für unsere Gesellschaft. Das war ein guter Anlass, um über Tiere in der Stadt nachzudenken. Und wie man mehr Natur in die Stadt bringen kann. Die Überraschung gelingt an diesem Tag. Vielen Einwohnern des Viertels eröffnet sich eine neue Welt. Die Augen sind ja ganz rot. Ja, die sind rot. Ich habe noch nie Schafe gesehen. Ich habe noch nie Schafe gesehen. Im Erdgeschoss der Cité Maréchère geht Bewusstseinsschärfung auch durch den Magen. In der Küche des Restaurants herrscht Hochbetrieb. Hava kocht nur mit Gemüse von der Stadtfarm und mit Zutaten aus der Region. Heute stehen Wildreis mit Herbstgemüse und Rindfleisch-Eintopf mit Tomate auf dem Speiseplan. Regionale Küche für unter 10 Euro, damit es für die Bewohner im Viertel erschwinglich bleibt. Hava, wie viel trägst du in die App ein? Wie viele Portionen haben wir? 33. Kurz vor Ende jeder Schicht stellt Lea die übrig gebliebenen Portionen zu einem reduzierten Preis online, um keine Lebensmittel zu verschwenden. Wir wählen ein Zeitfenster und stellen ein, wie viele Portionen wir übrig haben. Was es gibt, ist eine Überraschung. Die Leute können dann zwischen halb zwei und viertel vor vier ihr Essen abholen. Zusammen mit Hava und Loran habe ich mich früher um Obdachlose gekümmert. Uns war wichtig, ein Restaurant zu eröffnen, mit dem wir möglichst viele Menschen erreichen. Und dass unser Essen für sie bezahlbar ist. Sonst hätte das für uns keinen Sinn gehabt. Ich muss für unseren Planeten kämpfen. Allein schon wegen meiner zwei Kinder. Ich werde nicht hier rumsitzen und heulen und mir sagen, dass das alles egal ist. Das wäre doch schlimm für unsere Kinder. Ein paar Minuten außerhalb von Romaville holt sich Hava gern kostenloses Gemüse. Wo bist du, Papa? Du bist doch nie zu spät. Wir sind hier vorm Garten. Alles gut? Mein Vater kam vor über 50 Jahren nach Frankreich. Er stammt aus einer Bauernfamilie in Mali. Havas Vater ist Hobbygärtner. Früher arbeitete er für die Pariser Verkehrsbetriebe. Heute verbringt der Rentner die meiste Zeit in seinem Schriebergarten. Hier ist eine große Zucchini. Die ist ja riesig. Irgendwie lerne ich meinen Vater grad neu kennen. Wenn wir früher nach Mali gefahren sind, hat er dort das Land bestellt. Jetzt macht er das auch hier. Eigentlich ist er immer in seinem Garten. Damit zeigt er uns, wie wichtig es ist, darauf zu achten, was wir essen. Man kommt in den Garten und trifft sich mit Nachbarn. Man grillt, diskutiert und tauscht sich aus. Ich bin halt Bauer. Daraus kochen wir was für unsere Kollegen. Kannst du mir ein paar Lorbeerblätter geben? Durch ihren Vater konnte sich Hava auf die bäuerliche Familientradition zurückbesinnen und auch auf ihr Umweltbewusstsein. Mein Vater sagt, wenn wir uns um die Erde kümmern, dann kümmert sie sich auch um uns. Anfangs war ich Hava die Öko-Tante. Mittlerweile denken viele um mich herum genauso. Freunde aus den Arbeitervierteln, mit denen ich groß geworden bin, ist das sehr wichtig geworden. Und ihren Eltern auch. Das Team der Cité Maréchère ist derweil auch in einem anderen Viertel der Stadt unterwegs. Noch einen Tisch? Ja, lieber noch einen. Juna koordiniert eine Baustelle mit 500 Quadratmetern für einen Obst- und Gemüsegarten im Viertel Gagarin. Sie organisiert öffentliche Veranstaltungen und band jedes Mal, ob überhaupt jemand vorbeikommt. Wir haben Workshops mit drei Leuten veranstaltet und haben uns nicht entmutigen lassen. Wir haben nie abgesagt. Das war schließlich was ganz Neues. Da darf auch mal was schiefgehen. Unser Projekt besteht aus einer Permakultur. Einem Gemüsegarten und einem Obstgarten, hier. Juna ist erleichtert. Der Saal ist voll. Wir stellen hier besser noch einen Tisch hin. Es braucht Zeit, um auch die Skeptiker vom Urban Gardening zu überzeugen. Eine Tischtennisplatte? Vielleicht etwas später. Eins nach dem anderen. Wir hatten angekündigt, dass es einen Sportplatz geben würde. Das war nicht sehr klug. Denn ein Sportplatz ist bei den Leuten viel beliebter als Apfelbäume. Es braucht etwas Zeit, bis einem die Bewohner vertrauen. Ob das für alle, für die Kinder, die Schule oder die Bewohner sein soll, entscheiden sie. Allerdings wollen wir uns noch mit dem Thema gutes Essen und Trinken und mit Ökologie beschäftigen. Soll das für sie im Projekt eine Rolle spielen? Egal, ob es um gutes Essen oder das Kennenlernen von Gemüsesorten geht. Ich würde das eher als Entdeckungsworkshops bezeichnen. Das ist sehr wichtig für die Landwirtschaft, für die Umwelt und für mich. Urbane Landwirtschaft heißt auch, wieder eine Beziehung zum Viertel aufzubauen und es schöner zu gestalten. Wie war das? Ich hoffe, wir gehen nicht leer aus. Hava ist heute bei einer Preisverleihung in Paris. Alle Augen sind auf die drei Köchinnen gerichtet. Sie wurden unter 800 Frauen aus der Region Paris ausgewählt. Sie stehen im Finale des Wettbewerbs, Gründerinnen der Zukunft. Ich glaube, wir sitzen hier. Das haben wir nicht erwartet. Wir haben uns einfach beworben. Dann sind wir jedes Mal eine Runde weitergekommen bis zum Finale. Und dann dachten wir, vielleicht ja doch. 5.074 Personen haben abgestimmt. Und gewonnen haben... Jetzt kannst du wieder atmen. Atmen. Hava, Loran und Lea gewinnen den Publikumspreis. Ein großer Moment für sie und die Cité Maréchère in Romainville. Mir ist ganz warm ums Herz. Ich bin so glücklich und stolz. Ich denke an meinen Vater, der heute leider nicht hier sein kann. Nachdem die Cité Maréchère anfangs noch kritisch betrachtet wurde, ist sie heute der ganze Stolz der Einwohner von Romainville. Die Stolz der Einwohner von Romainville. Untertitelung des ZDF, 2020